OMI2NFT erscheint wirklich und das schon auch in den kommenden Wochen und Monaten. Gestern wurde der erste Plan vorgestellt. Auf BitForex lässt sich jetzt übrigens auszahlen und wir schauen uns alle bevorstehenden Drops an. Das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Und willkommen zu diesem Video. Heute gibt es tatsächlich ein ganz besonderes Video, denn eigentlich wollte ich gestern ein Video releasen. Dann habe ich aber die Nachricht bekommen, hey wir bekommen OMI2NFT und ich habe es leider nicht vorher geschafft hier das Video abzudrehen. Dementsprechend ist das Video heute ein bisschen zerstückelt. Wir werden uns erstmal die wichtigsten Sachen anschauen, OMI2NFT sowie auch die BitForex Aktion. Und danach wird es den Video Ausschnitt bzw. den Videopart geben, den ich gestern aufgenommen habe. Und dort wird es dann im Prinzip alle Infos zu Drops geben, den nächsten Livestream unter anderem. Und deswegen jetzt viel Spaß mit diesem Video. Und starten wir jetzt mit dem wichtigsten Part rein. OMI2NFT, ein Feature, auf das wir schon und auch viele andere Ewigkeiten wirklich gewartet haben. Und es ist sehr schön, jetzt endlich Gewissheit zu haben, dass es kommen wird in Kombination mit Stacker. Und ich habe es schon öfter mal betont, ich finde Stacker ist eine wahnsinnig coole Plattform. Und man sieht jetzt auch hier, dass auf jeden Fall einiges an Innovationen hier passiert. Und auch an Zusammenarbeit mit Vivi selbst. Das Ganze wird jetzt hier dann mit Stacker möglich sein, OMI2NFT zu machen. Und wir haben tatsächlich auch schon hier im Prinzip fast erste Bilder. Wir haben jetzt hier bei Stacker die Möglichkeit uns anzumelden und hier schon auch OMI einmal auf Base und auch auf Ethereum zu empfangen. Ansonsten haben wir hier nochmal auch weitere Bilder von jemandem, der sich dort eingeloggt hat. Ich habe tatsächlich heute, war es kurzzeitig möglich, sich das Ganze auch wirklich anzuschauen. Die Zeit habe ich natürlich genutzt und mir das Gesamte mal angesehen. Und das ist jetzt im Prinzip alles, was ihr hier seht. Es sieht sehr, sehr vielversprechend aus. Ich finde es sehr, sehr geil gemacht. Und meiner Meinung nach unter uns könnte es sogar fast hier die Vivi-App fast ablösen, muss ich sagen. Es hört sich ein bisschen komisch an, aber ich muss tatsächlich sagen, ich finde es wahnsinnig gut gemacht. Auch vom UI, also vom Design ist es einfach schön gemacht. Schauen wir uns aber das Gesamte hier mal an. Das haben wir uns gerade schon angesehen, was dann hier im Prinzip auch möglich sein wird, natürlich OMI zu senden. Und hier dann sieht man auch im Prinzip mal die Möglichkeit, dass man hier das versenden kann mit OMI, wie das dann im Prinzip aussehen wird. Und man sieht hier tatsächlich auch schon, also mit DC wird das auf jeden Fall hier möglich sein, Collectibles dann zu verkaufen in OMI. Ich habe es gestern oder heute schon gecheckt. Es war bei Marvel Collectibles bisher nicht möglich. Es könnte aber sein, dass natürlich zukünftig Marvel ja auch mitzieht, einfach weil dann hier eine gewisse Anzahl an Fees auch anfällt für sie. Und hier haben wir im Prinzip nochmal die Vorderfront. So sieht das dann in etwa aus. Hier sieht man dann den Betrag an OMI, was das Gesamte kostet und den Dollarbetrag. Das sind die ersten Einblicke, die wir haben hier zu diesem Feature. Ich bin super, super gespannt auf diese Funktion und wann das Gesamte natürlich dann launchen wird. Für alle ist nochmal eine andere Geschichte. Für diejenigen aber, die es interessiert, hier auch im Medium-Artikel und ich weiß es auch selber aus eigener Quelle her, dass auf jeden Fall schon auch die ersten Leute hier invited wurden. Ich glaube, es ist jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht live, aber es wird jetzt hier mit einer Gruppe von Beta-Testen relativ zügig dann hier auch in die Testphase gehen. Und dann auch möglich sein, hier OMI2NFT zu nutzen. Und das finde ich ist ein wirklich wahnsinnig großer Schritt, dass wir es endlich mal geschafft haben. Auch wenn es natürlich mit Stacker läuft, wir wissen nicht, was bei VIVI da im Hintergrund blockiert hat, dass sie es nicht umsetzen konnten. Aber wie auch immer, es ist mir persönlich eigentlich ziemlich egal, es ist da und das ist das Wichtigste. Und was natürlich damit auch einhergeht, ist nämlich das Burnen von OMI-Token. Denn wenn wir uns hier nämlich nochmal den einen Screenshot ganz genau anschauen, dann sehen wir nämlich auch hier die Buyer-Vie und ist gleich OMI-Burn. Und das bedeutet natürlich auch, dass sobald dieses Feature komplett live ist, wir wirklich auch einen OMI-Burn haben, der von Relevanz ist. Und das ist, finde ich, auch wieder etwas, was sehr, sehr positiv ist. Schließen wir also dieses Thema ab und gehen zum nächsten Thema. Und das nächste Thema ist Bitforex und das ist wirklich eine erfreuliche Nachricht. Ich seht es jetzt hier auch gerade schon. Ich bin in meinem Bitforex-Account drin und es ist jetzt hier auch möglich, natürlich sich die Sachen auch auszuzahlen. Das heißt, wenn ihr hier dieses Video seht und Sachen auf Bitforex habt, beziehungsweise nicht wisst, loggt euch ein und holt alles so schnell runter wie möglich, bevor es hier irgendwelche Probleme wieder gibt. Wir haben hier, also im Prinzip bei mir tatsächlich gar nichts liegen. Deswegen kann ich hier auch nichts runter transferieren, aber ihr solltet das auf jeden Fall machen. Und jetzt kommen wir auch schon zum zweiten Teil des Videos und zwar dem Teil, den ich eigentlich gestern hochladen wollte. Deswegen jetzt viel Spaß mit dem zweiten Teil des Videos, mit allen Drop-Ankündigungen und auf jeden Fall den News zum nächsten Livestream. Und dann tun wir vielleicht mit der Ankündigung rein, die wahrscheinlich die meisten interessiert. Und zwar, wann ist denn mal endlich der nächste Stream? Und der ist schon tatsächlich morgen in 27 Stunden, das heißt am Mittwoch um 20.15 Uhr deutscher Zeit, werden wir starten. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf euch, denn es ist mal wieder ein Stream, glaube ich, nach zwei bis drei Wochen. Und wir werden auf jeden Fall hier zusammen mit Enrico, beziehungsweise Instinct, darüber sprechen, was kann Vivi denn eigentlich noch in zwei Quartalen dieses Jahr schaffen. Und deswegen schaltet auf jeden Fall sehr gerne ein, wenn ihr darauf Bock habt und jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Und starten tun wir mit einem wirklich coolen Craft-Event, muss ich sagen. Und zwar nämlich mit einem Addiction-Craft-Event, was tatsächlich, ja, schon lange, lange angeteast wurde. Jedenfalls die Mechanik, denn was hier möglich sein wird, ist, dass man der Addiction-Hashtag 1-Comics und auch 2-Comics nutzen kann, um dann wiederum ein anderes Comic zu craften. Und das muss ich wirklich sagen, finde ich sehr, sehr cool gemacht. Wir können uns das Ganze mal auch hier auf Deutsch übersetzen. Hier steht, es ist aber noch nicht alles. Seien Sie einer der Ersten, die ein exklusives Ryan Brown Rahmenkunstwerk gestalten, indem Sie zwei Ihrer vorhandenen Addiction 1 oder Addiction 2 Secret-Drag-Cover verbrennen und dann im Prinzip insgesamt 35 Stück gibt es von diesem Cover craften können. Und das, muss ich wirklich sagen, ist ein unfassbar cooles Feature. Wir warten da im Prinzip schon drauf, dass Marvel das Ganze auch für seine Comics released. Bisher haben wir dort noch nichts gesehen, aber es könnte hier der Vorbote darauf sein, dass wir es jetzt erstmal bei Künstlern sehen und gegebenenfalls sogar schon auch dieses Jahr, auch schon für Marvel Comics, ist es meiner Meinung nach erstmal sehr, sehr cool, dass das Feedback und auch die Idee hier angekommen ist bei Vivi zu sagen, hey, man gibt halt die Möglichkeit zu sagen, man verbrennt zum Beispiel ein Secret-Drag-Cover und bekommt dann dafür ein ganz, ganz seltenes Cover beziehungsweise hat die Chance überhaupt sein Cover zu bekommen. Ich finde es super, super cool gemacht. Schreibt mir unbedingt mal hierfür gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Ich muss an dieser Stelle ganz kurz etwas nachtragen, denn ich habe tatsächlich den Artikel zu diesem Addiction-Drop total vergessen. Ihr seht jetzt an dieser Stelle auch keine Facecam, weil ich das Ganze noch ziemlich spontan hier aufnehme und das Kamerasetting leider nicht mehr geschafft habe aufzubauen. Schauen wir uns das ganz, ganz kurz aber einfach mal an. Wir haben den gesamten Craft-Beginn hier am 28. Juli um 19 Uhr deutscher Zeit. Und zwar das ganz Wichtige hier ist, ihr müsst Holder einer Secret-Drag von der Addiction-Hashtag 1 und auch 2 sein. Ich habe eben schon gesehen, im Markt kostet das so in etwa 120, 130 Gems der Zeit und diese beiden Comics werden dann auch verbrannt, wenn ihr hier dann ein weiteres Comic craften wollt. Wir haben hier einmal der Addiction-Hashtag 2, die Craft-Variante, die Ultra-Rare. Diese wird dann auch keinen Preis haben, sozusagen zu craften. Davon gibt es insgesamt 666 Stück. Und dann gibt es auch nochmal die Möglichkeit, hier eine Special-Variante zu craften von Ryan Brown. Und hier wird es insgesamt nur 35 Editions geben, also wahnsinnig wenig. Und deswegen, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wer das von euch mitnehmen wird. Ich habe tatsächlich eine Secret-Drag von Addiction-Hashtag 1, bin aber tatsächlich hier ehrlich gesagt zurückhaltend und werde wahrscheinlich das Ganze nicht craften. Wenn aber einer von euch craften sollte, schreibt es mir auf jeden Fall sehr gerne in die Kommentare. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Kommen wir zu den San Diego Comic-Con-Jobs und hier starten wir mit Wolverine Brown Suit. Und ich muss wirklich sagen, diese Jobs, da haben sie jetzt wirklich sehr, sehr viel richtig gemacht. Und ich bin sehr gespannt, was das auch vielleicht für Auswirkungen haben wird auf die gesamte Messe, beziehungsweise auf Vivi selbst mit den User-Zahlen. Schauen wir uns das Ganze aber mal an. Hier am Freitag, dem 26. Juli, wird hier um 21 Uhr deutscher Zeit das Ganze droppen. Und hier werden wir insgesamt drei Collectibles sehen. Alle sind hier animiert und auch mit Sound. Die Ankamen hier mit einem Listenpreis von 40 Dollar, was wirklich okay ist. Wir haben hier Editions von 1980 Stück. Das Ganze ist eine Con-Exclusive, weil wir es hier mit einem Brown Suit zusammen zu tun haben und nicht mit dem normalen Original Suit. Das Ganze wird hier außerdem mit einer Ultra-Rare weitergehen. Diese wird nur 555 Editions haben. Eine Ultra-Rare sein, wie schon erwähnt, eine Con-Exclusive natürlich auch. Die First Public Mint wird hier die 21 sein. Und als letztes haben wir dann hier noch eine Secret-Rare. Und diese wird nur gerade mal 150 Editions haben. Und hier wird auch die First Public Mint eine 21 sein. Finde ich persönlich auf jeden Fall ziemlich cool. Insgesamt hier werden 30 Editions zurückgehalten. Insgesamt also 120 Public Editions hier für den Wolverine Secret. Ich finde es auf jeden Fall eine coole Kombination. Und ich bin schon sehr gespannt, wie sich hier auch die Animationen unterscheiden werden. Sobald wir da ein Update bekommen, werde ich euch versuchen natürlich hier auf dem Laufenden zu halten. Kommen wir aber noch zu einem Drop davor, der jetzt weniger spannend ist, der noch auf jeden Fall besprochen werden muss. Und zwar nämlich am 25. Juli. Um 17. deutsche Zeit. Hier sehen wir die First Appearance of Dark Phoenix. Uncanny X-Men. Hashtag 134. Und das Ganze sehen wir natürlich wie immer hier auch mit 5 Covern. Schauen wir uns die ganze mal kurz an. Hier natürlich auch wieder mit exklusiven Rare wie auch Ultra-Rare Covern. Für mich persönlich nicht so wirklich spannend. Jedenfalls von den Covern her. Wir haben hier einen Listenpreis von 7 Dollar wie immer. Und eine Total Edition Size von 5000 Stück. Schauen wir uns wie immer aber natürlich auch nochmal hier die Go-Collect-Daten an. Und hier haben wir bei einer 9.8 Grad mal einen Durchschnittspreis von 525 Dollar bei 335 Grades. Das ist auf jeden Fall noch halbwegs in Ordnung. Dennoch für mich auf jeden Fall kein Drop, den ich jetzt mitnehmen werde. Auch wenn wir hier eine First Appearance von Dark Phoenix dabei haben. Ja, für mich persönlich auf jeden Fall einen Drop, den ich skippen werde. Kommen wir zu einem weiteren Comic und zwar von 247 Comics. Und hier wird Zero Ghost Hashtag 1 stoppen. Und das Besondere, was jedenfalls meine Recherchen hier auch ergeben haben, ist, dass dieses Comic im Physischen tatsächlich noch nicht existiert. Und seinen Erstauftritt hier auf Vivi hat. Und das am 27. Juli. Das heißt am Samstag um 19.00 Uhr deutscher Zeit. Schauen wir uns das gesamte Comic einmal an. Wir haben hier natürlich wie immer auch 5 Cover. Ich werde euch natürlich auch hier den Artikel einmal unten verlinken, dass ihr euch hier das Ganze nochmal im Detail durchlesen könnt. Zu der gesamten Story, zu dem Hintergrund des Ganzen. Und wir haben hier insgesamt einen Wissenpreis von 7 Dollar. Und auch eine Editionzahl von gerade mal 2000 Stück. Also eine sehr, sehr geringe Anzahl hier. Die Secret Rabbit wird gerade mal 80 Editions haben. Also wirklich sehr, sehr gering, muss man sagen. Schreibt mal auf jeden Fall mal sehr gerne unten in die Kommentare, ob ihr euch hier auch für solche Comics interessiert. Ob ihr überhaupt in der App lest. Mich würde es auf jeden Fall mal sehr interessieren. Kommen wir zu einem weiteren Marvel Collectible. Und das wird am Sonntag droppen. Am 28. Juli um 21.00 Uhr deutscher Zeit werden wir hier Sentinel sehen. Das Ganze wird hier ein Charakter sein, der hier als F8 droppt auf der Vivi App. Schauen wir uns das Ganze mal an. Hier als Common sehen wir ihn einmal. Weil Listenpreis sind hier 15 Dollar. Also wirklich völlig in Ordnung. 7.500 Editions. Als nächstes haben wir dann hier einmal eine Secret Rare. Diese wird eine Editionzahl von gerade mal. 225 Editions haben wir also wirklich verdammt, verdammt wenig. Und das Ganze hier wird der First Public Mint von 21. Es ist auf jeden Fall ein spannender Job, da wir hier natürlich einen sehr geringen Listenpreis haben. Wir haben ja natürlich aber auch einen harten Gamble auf die Secret Rare. Gerade mal 225 Editions bei der Secret Rare und 7.500 bei der Common. Das ist auf jeden Fall schon ein harter Gamble. Ich denke mal, dass hier viele darauf gehen werden. Genauso wie auch beim Wolverine. Einfach weil dort halt die Edition Size für den Secret Rare sehr, sehr, sehr low ist. Und wenn man den natürlich bekommt, hier auf jeden Fall fett Profit machen kann. Ich finde den Listenpreis hier sehr, sehr fair gemacht, ehrlich gesagt. Kommen wir zu einer sehr coolen Sache von meinem Partner BitGet. Und zwar nämlich eine Funktion in Telegram, mit der ihr Omi-Token oder auch jeglichen anderen Coin kaufen könnt. Und zwar mit der BitGet Mini-App. Mit dieser könnt ihr kaufen und auch verkaufen, sowie einzahlen und auszahlen. Ganz normal wie auch auf einer normalen App, beziehungsweise an einer normalen Börse. Das Ganze ist einfach nur in Telegram. Ihr findet unten in der Videobeschreibung einen Link zu dieser Mini-App. Die könnt ihr euch dann installieren und dann in Telegram Krypto kaufen. Probiert das gerne mal aus. Ich finde es auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Und wollte das auf jeden Fall mal hier auch angesprochen haben. Und ansonsten war es das jetzt an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir das gesamte Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall riesig über einen Daumen nach oben von dir hier unter diesem Video freuen. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche dir da draußen noch einen wunderschönen Morgenmittag. Und bis dahin, dein Käpt'n. Ciao, ciao.